UNTERTITELUNG 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 Sjö, svona byssi Það er alveg fótt svona húfur í sagn So long Ihn quindi Stöpg me verbi I high Jörg I.I.H.Ioup. Es betüft I.I.P.c. H всё D 4000 Disf orthox Ajö etwas Fesca Das muss irgendwie von hinten nach vorne drauf können, also so geht es jedenfalls nicht. So, jetzt so ist es. Wir müssen aufpassen, dass du mal ein bisschen das so... oder vielleicht eben so. Oh ja, noch besser. So, cool. Dankeschön. Jesus, okay. Ja, jetzt haben wir es. Ja, und das Ziel ist auf jeden Fall für die Lockerung, wie Kokos trinken kann. Ah, ich... So, habe ich es gefilmt? Ich habe es nicht gefilmt. Ich glaube schon, oder? Noch nicht ganz, aber die Conversion war es nicht. Leider. So, das ist für das seitliche. Und dann laufen wir hinten runter. 5-0-4-4. So geht's. Okay. Foto kommt. Ja, ich dachte, wir müssen es auf jeden Fall nicht zurückholen. Ja. Oh, super. Dankeschön. Krieg 16. Jesus. So. Ist auch Handschuhe dabei? Ja. Aufgebefertigung. Schaffe. Ja. 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 Cool. Kannst du das auch irgendwie so drüber hängen? Ja. Ich habe auch leider nur einen Pächer. Ist das nicht so zusammen zu trinken? Ja. Ja. Das Minztee. Aha. Ja. Danke schön. Gute Vorbereitung. Ey, was ist bei einem Kärm jetzt auch noch? Oder haben die Kleider dabei? Ja. Sehr cool. Danke schön. Bitteschön. Ich habe zwar auch kurz überlegt, ob ich irgendwie Glühwein oder so möchte, aber... Ich wollte eng Glühwein oder so. Ja. So heiß? Ja, ich glaube auch. Ich muss mal anpassen, dass ich da nicht fokuss. Und ich stöße dich mal da rüber. Ja. 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 Ich bin immer auf der Seite. Ja. 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 Ich bin gespannt, weil Maura, die Glühwein von rechts, die spielt auch NSP und Blumen auch. Ach, sehe ich jetzt kaum noch. Du meinst von Einzelhofen oder Einzelhofen? Ja. Und dann wiedergefunden. Trifft. Ach. Ach. Ech. Jetzt sage ich schlecht, ich kann die Einung wie gut es besser sein würde. Die Mitreisensofen ist der Trainernummer. Und jetzt ist es okay. Und jetzt ist das okay. Ja. Ich bin Kanina! Support, damas! Wer ist ein Bronerbogen? Welche? Die ist gerade runter. Ja, mit gelbem sind er zur Delft. Wir haben 14 Damen heute. Das ist fast ein Ding. Ja. Ja, und ich glaube, 15 Damen von Zoga haben sich schon angemeldet für heute. Sehr cool. Es ist schon sehr cool, dass wir so viele Damen jetzt haben. Ich habe gehört, 12 Neue war ja. 12 Welpen. Bei mir waren es 2. Genau. Hauzartig. Willst du den ersten Schluck? So, einen Moment. Ich muss nur kurz... Ja. Ist es schon trinkbar? Ich habe noch nicht probiert. Ich glaube, dass es schon abgekühlt ist. Vorsichtig. Schon noch sehr heiß, aber wenn man schläft, dann geht es gut. Das ist sonst. Oh, das ist ganz schön. Wir sind jetzt. Wir sind fast wie schwierig. Wir sind schon da. Cool. Wir sind so schlecht. Spiegt dort Hooker? Ja, das ist Irene, von der 1. Klaft. Ja, das ist ja ganz anders, wo die Blitz hochgeführt. Ja, genau. Ja, weil die Abonnenten, ja. Wir sind da noch nicht. Wir sind in der Klaft. Ja, ihre Unterlöme. Das ist eine Ratsache. Die Schlagefrancoe ist einverstanden. Ratsachefrancoe ist einverstanden zu werden. Der Ratsachefrancoe ist einverstanden. Ich finde es immer so blöd, wenn man irgendwie filmt oder so, dann schaut man eigentlich gar nicht mehr so richtig zu. Ich dachte, wenn wir sie ein bisschen später kommen, dann gibt es schon einen. Wir holen uns nachher einfach von der anderen Seite, wie der jetzt filmt. Ich? Oh, 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 oh. Shift Left! Dankeschön. Nix selber. Du hast so viel wie du willst. War echt eine gute Idee. Du hast mir nur was funktioniert heute. Ja, genau. Vor allem, wenn man unten steht, da kann man ja eh auch reingehen und sich einen Tee oder Café holen. Ja, aber wenn man da oben steht, dann ist man doch sehr... Gib ein Blut. Ich will sowieso auch ein Bier trinken, wenn sie es haben. Bringt Bier und Blumen mitnehmen. Das ist eigentlich viel zu nett. Ja, andererseits sagt der Heda auch immer sehr zurecht, wenn wir schon da sind, dann ist es vielleicht auch ein bisschen tacky, wenn er selber Bier mitnimmt, wenn sie dort auch eins haben. Stimmt. Aber ich weiß auch nicht, ob die Offen haben, weil... Achso, immer. Ich glaube schon. Weil in Eindrücken haben die dann oft, dann machen sie zu während dem Spiel. Achso. Und dann kriegst du kein Bier. Ja, aha. Dann sagen sie mir ja ganz, wenn du willst, ganz bar stehen. Ja. Sag ich auch, ja, kompakt selber. Ja, das stimmt schon. Ich glaube, hier haben sie den Deal, wenn mehr Teams am Tag spielen, dann steht das eine Team bar, während das andere spielt. Mhm. Also, dass sie es so machen, aber ich weiß nicht, wie viel es heute ist. Ist nicht so schlecht. Mhm. Eigentlich ist nicht bloß. Wollen wir jetzt nicht sehen, was passiert ist? Mhm. Ja. Warte, ich kann da schon mal zurück spielen. Ja. Ja. Und die sind ja beide, das ist RCE. Ja. Und die sind ja beide... RCE. Ja. Und die sind, haben die gleichen Felder und dann... Also die sind ja echt, sagen wir, so werden wie ich auch hier, wenn wir auch trainieren. Ja. Und... Und da war einer, der hat gesagt, ja nee, das war held up und so. Und dann haben sie drei nicht gekriegt, weil der Leinrichter dann gesagt hat, es war ein Leinrichter von der RCE. Ja. Nein, nein, nein. Also... Und dann habe ich es gar... Also auch parteiisch. Äh... Zwischau, ne? Tierraum. Das hat der Schiedsrichter echt gemacht. Aber das hat zum Leinrichter gegangen und hat gefragt. Das ist ja lustig. Aber echt kann ich auch. Sehr lustig. So, nein, also da stehen jetzt, wenn ich richtig sehe, auf jeden Fall zwei neue Damen an der Seitenlinie mit der Maike. Wollte Maike nicht eigentlich filmen? Ich glaube, ich habe schon was gehört. Und... So, wie geht es ein bisschen kurz? Hier Thermounterwäsche an. Mhm. Und da ist es richtig angekommen, oder? Mhm. Ich habe auch voll die Thermounterwäsche an. Du hast ruhig leertrinken, wenn du möchtest. Es gibt mehr. Ich glaube, da passen anderthalb Liter rein oder so. Aufwohl. Das ist mal was wert, ne? Ja. Ich fliege mal mit auf die Uni, genau. Das ist anders. Ich bin jetzt sicher. Danke schön. Nächster Tag. Ja. 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 Ja, das ist gut. Oh,列. Ne. Ich benutze mal's. Ja. 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 Ich finde es auch immer so schwer einzuschätzen auf diesem Bildschirm, es ist so klein, was man da sieht, aber wenn man das im Fernseher auftritt, dann sieht man natürlich viel besser. Ja, wenn man zu viel zoomt rein und raus, dann ist es auch nicht. Ja, da hat man das Spiel übersichtlich. Das ist die Sonja, glaube ich. Die hat es auch vorgetroffen. Jetzt habe ich angefangen. Wir machen Familienweihnachten wahrscheinlich und ich darf es jetzt organisieren. Ich bitte auch... Oh, Fischer, mach dich, Fischer, mach dich! Richte aus, Jörg! Richte aus, Jörg! Oh Gott, Jörg! Shit! Die Freundin von meinem Bruder hat jetzt eine Freundin. Ja, die Freundin von deinem Bruder hat jetzt eine Freundin. Nein, mein Bruder hat jetzt eine Freundin, sorry. Ach so, okay. Und die sind da schon beim Link in einem Jahr, wollen sie zusammenziehen und so. Und die sind echt super schnell unterwegs. Ja, voll. Normalerweise zu Weihnachten gucke ich Ente auf Heiligabend. Beef am 25. und Gans am 26. Sie mag weder Ente, noch Gans, noch Rind, noch Schwein, noch Kaninchen, noch Haseln, noch Fisch überhaupt gar nicht, noch viel weniger. Ja, ehrlich, ich dachte mir, das hat man da jetzt dann. Gehe ich ja vegetarisch plus. Nein, sie isst Hühnchen und Pute. Hühnchen und Pute? Naja, du könntest... Ja, du könntest dir eine Pute dazu machen. Irgendwie sowas oder so. Naja, ich das, wie man jetzt halt dann, äh, mit einer Brust und Kräuterkruste. Okay, auch gut. Auch nicht schlecht. Und dann Bratwurst. Weil Bratwurst isst sie dann wohl. Ah ja. Und Bratwurst mit Kartoffeln. Und was ist ihr Problem damit? Schmeckt's ja einfach nicht, oder? Äh, angeblich schmeckt's ja einfach nicht. Aber ich geh davon aus, weil Bratwurst ist ja auch Schwein und Pute. Ja, voll. Ich geh davon aus, dass es ist, wenn du's halt noch sehen kannst. Ja, ich glaube auch. Das hört sich fast so an, ja. Aber das ist halt mega lecker immer. Ja, heftig. Barbarie, Entenbrust. Bei uns sind wir am 24. Lachs. Dann am 25. Hirsch. Und am 26. das hab ich mir jetzt aber nicht gemerkt. Aber irgendwas Geflügeltes. Die Omi kocht sehr gut. Die Omi. Die Omi. Also die Mutter meines Vaters. Ja, wir haben uns auch immer für die Oma gekocht. Ja. Ja, komm mal. Lekker Bart. Das wird doch nicht gut aufgelopen. Ja, das war auch. Ja. Ja. Ja! 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 Baka! Komma! Lekker, Aurelie! Ja! 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 Aurelie! 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 Support! Support Thomas! Komm an! Ich glaube Thomas ist der erste Wettkampf. Schade. Team 5. Ich frage noch ein bisschen Tee. Ja, ja. Das sind nicht sehr gut bei Samen. Aber sie haben auch nur eine Metzl, oder? Ich weiß nicht. Schaut so aus. Aber das ist nicht der Studenten-Club, oder? Ja, das ist der Cluster. Und die 9 ist die Trainerin. Die ist von SE. Mal wieder dann. Ja. Wenn wir das Kicken müssen, sie dann auch noch hier üben. Wir waren nach Amsterdam für Nordland 15 gegen NSW. Okay, ja. Kein Teampunk gegeben. Ich dachte, ja, du musst kicken. Passt. Kann nicht kicken. Ja. Und die haben auch, ich glaube, eine Conversion oder so gesessen. 115 zu 30 oder so. Ja. Ja. Aber du hast auch mit drei verhindernden Tackles auch Punkte gekriegt. Also. Mhm. Aber. Ja. 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 Ja, das ist ein Haus. Ja, verstehe. Oh, oh, oh. Das ist ein paar Sachen. Oh, Mutter. Welke Bart. Hehehe. Das ist immer so nicht, Darren zu hören. Voll eingepräst. Schade, doch wenn er kann. Welche Größe Varsity Jacket hast du eigentlich? XS. Oh, ja. Dann hat sie wahrscheinlich mal woanders bestellt, als wir jetzt... Was hast du jetzt bestellt? Naja, ich wollte 6XL bestellen. Aber das geht nicht. Ich habe gemessen. Und das kommt bei mir raus in Inschlüssel. Aha. Bist du da sicher, dass du richtig gemessen hast? Oder ich glaube, nicht das verstehst du? Ich glaube, dreimal nachgemessen. Und dann habe ich auch nachgeguckt, was Pinky gesagt hat. Ja. 6XXL ist XL in Holland. Ja. Und ich wollte eigentlich XL bestellen. Aha. Aber... Ich darf... Ich habe aber eh nochmal gefragt, wenn du nichts von dir zurückgehört. Ja. Ja. Weil ich darf gar nicht keiner sein. Und außerdem, bei der Reform ist es nur von XS bis XL. Ja. Also dann könnte ich das nicht einmal bestellen, was ich eigentlich bräuchte. Irgendwann. Weil dann 6XL bei denen im holländisch XL ist. Ja. Und das bestellen die aber nicht. Dann haben... Weil das war eine Frage... Nein, ich glaube, es ist anders herum. Wenn du XL dort bestellst, ist es 6XL in Holland. Weil XS ist ja besonders klein eigentlich und passt mir aber. Ja. Soll ich dann M bestellen einfach? Ich würde M bestellen. Die Kalein bestellt auch M. Also es wird schon etwas breiter sein. Und soll ich vielleicht L bestellen? Ich habe relativ ein Körper. M oder L? Jesus. L für Luisa. Klar. Muss sein. Dann kannst du am Etikett sogar dazuschreiben zum L. Genau. Einfach Luisa dazuschreiben. Aber das wollte ich auch machen. Aber ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Irgendwie. Ich glaube, nein. Hat alles nicht gepasst. Ja. Ich habe 8XL Armlänge und weiß nicht genau. Ich habe es in Zentimeter gemessen nach Inches um die Rechnung verliegt. Weil er war in Inches. Ja. Und du bist da sicher, dass du geteilt durch und nicht mal gemacht hast, wo das richtig gemacht ist? Ich habe es in XL oder so. Ich habe es in Google gemacht. Wie viele Zentimeter sind das? Ja. Das sind Inches. Ich habe es in meiner Sicht. Ja, ich habe es in Gfounders. Ich habe es hier schon immer wieder auf der Seite gezogen. Ich habe jetzt auch mit ihrem Hemd und von Kramatte gevangen. Ja. Sie haben jetzt auch mit ihrem Hemd und der Frematte ohne es richtig ausgeschrieben. Voll. Ja, Torsoppen. Genau, Torsoppen. Nur mein Hüßchen habe ich nicht gedacht. Oh nein! Hätte ich vielleicht spielen müssen, aber... Ja, aber wir haben momentan wirklich so viele Damen, dass es wohl darauf ankommt, wie viel Training man mitgemacht hat. Echt? Kann man das so machen? Jesus! Das ist echt nice. Voll! Also wenn man ein paar Mal Training verpasst hat, dann spielt man einfach nicht. Ist aber richtig. Finde ich gut. Macht schon! Lass uns wiederheraus. Lass uns wiederheraus. Oder mal! Hüßchen! Lass uns wiederheraus. Lass uns wiederheraus. Er hat geglaubt, sie offloadet und hat sie doch nicht gemacht. Jesus. 10-10. Nice. Schön, schön. Dankeschön. Bitte. Ich glaube, die Blonde in 1. CD aufzocken heißt Jante. Wie? Jante. Oh, Jante. Ah. Und die 8 hier, mit den dunkelblauen Socken, die ist Lorenz. Ist auch eine neue von RC Doft. Entschuldige. Ja, die habe ich von vorn mal gesehen. Also ich habe auch am Rad, beziehungsweise wie ich noch zuhause war, mit meiner Skiunterwäsche und allem drum und dran, habe ich mir gedacht, Guck mal, das ist schon richtig warm. Und jetzt stehe ich da und denke mal. Ich habe sofort zum Fußen angefangen zu hause. Ja. Aber jetzt ist alle im Einklang. Ah, Gott sei Dank. Ja. So, jetzt kommt es. Na, schade. Gleichstand. Mhm. So. Ja, da geht der Weihnachtsmann. Cool. Ja, so der Knaß ist ja schon vorbei, also da kann es nicht mehr sein. Nein. Also er ist sehr verspätet. Ja, das raps auf den Vikings. Ja, das geht ja gar nicht. Das ist ja eben so. Oh. Ich finde aber auch, ihren Rock könnte man noch ein bisschen öfter contesten. Ja. Das war jetzt so. Der Rau und der Rau. Der Rau. Der Rau. Sehr gut, Nina. Yeah. Ja. Es ist gewonnen! Muss das gut? Anscheinend nicht. Super. Aber es gibt wohl eine Backerlogge, die dort durchgestockt ist. Ich habe keine Ahnung. Oh! Go, 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 go! Oh! Der ist er, der ist er, der ist er. Oh! Oh! BIKKI GO! Ich bin ein Bart. Hm. Penalty. Oh! 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 Ja. Hier ist nicht gerade wieder reingekommen. Ja, da hier gibt es auf der Seite einen Durchgang. Ah, doch. Manchmal sagen wir die Schmiede öfter bis hin. Mhm. Aber diesmal hängt er wenigstens nicht am Baum, das er mal letztes Mal gehabt. Oh! Ja. Okay. Ja. Ja. Hey Bart. Lekker bezig vandaag. Haha. 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 Lekker zoom. Press. Come up, Tor. Letzte Flughafen mit dir. Dankeschön. Du darfst ein bisschen wieder kark. Und das war voll. Und das war voll. Ich weiß nicht, wie ich das gefilmt habe. Es wackelt ein bisschen, gell? Ja. Ich dachte kurz, vielleicht kommt er da hoch. Ja. Ja, und von Badgemann, ich bin dick geworden. Ja, genau. Dankeschön, Papa. Was? Ja, weil der ganze Zeit bist echt dick geworden. Wow. Das ist ja urlieb. Ich finde das immer so unnötig. Was möchte man mit dem Kommentar erreichen? Sicher. Aber damit funktioniert das wirklich nicht. Nein, vor allem, ich habe wieder angefangen zu sparteln. Aber mit der Arbeit und halbem Scheiß, warum ist das echt schwierig. Selbst eine halbe Stunde geht, aber dann musst du noch 10 Minuten aufwärmen. 10 Minuten aufwärmen. Bis schon auf 15 Minuten. Mhm. Dann mit, wenn ich 11 Stunden Tage habe, dann bin ich sicher. Ja. Kannst du ja höchstens in der Mittagspause eine Runde einplanen. Ja, weil in der Mittagspause, das ist es auch so, muss ich mehr Mittagspause machen. Ja, ja. Ich muss 800 Stunden anwesend sein, weil automatisch eine halbe Stunde Mittagspause gehen will. Und mein Mittagessen nehme ich aber meistens am Büro zu mir. Also ich habe gar keine halbe Stunde anwesend. Aber dann nennen wir doch die Jungen eine Minute, um irgendwie eine Runde zu gehen oder so. Ja, das ist ganz cool. Letztens hätte ich auch 10 losen Schritte gemacht am Arbeitstag einfach. Cool. Also ich musste ziemlich viel laufen. Ja. War nicht schlecht. Ja. Oh, da ist schon kalt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Ja. Ja, von mir war ein Bild umgegangen. Ja, voll. Guck mal so feucht, dreckig. Ja. Ich bin gerade mit deinem Finger da bei der Stange angekommen. Uh. Ja, das ist auch schön kalt. Mhm. Oh. 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 Gute Fange. Ja. Die Barbara ist auch wirklich gut drauf. Raus. Wann. 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 Ja, Wann. gonna. Und die Hände aufs auch. Ja, das geht echt gut. Ja, voll. Und eine liegt da. Das kleine... Ich kenn sie nicht. Ich mein die, die für uns... Ach so. Ich dachte das kleine... Ja. Ja, aber sie haben inzwischen schon so oft gewechselt. Man darf hier unlimited wechseln. Ich weiß, dass die rechte, die schon los ist. Yeah! 5, 10, 10, so? 5, 10, 7, ja. Nein, das ist glaube ich nicht die Garlane. Ich seh's grad nicht. Ich kann die Gesichter grad nicht erkennen. Ja, genau. Dann war hier meine große Brille. Trotzdem funktioniert's nicht. Noch größer siehst du. Okay. Ja, im Prinzip trägt die Garlane ins Spannkrepp. Also das kann's auch nicht. Eigentlich bräuchte man hier so einen Aufsatz, der mit dem was so runterrum tun kann. Damit man um sich runterrum tun kann. Ja, genau. Da war so ein Rhin. Genau. Ja, nicht zu stark. Rebecca. Eigentlich werden zwei Kameras auch cool. Wow, das war super. Ja, eine Close-Up, ne? Ja, voll, ja. Aus, das war's. Ja, das war's. Das war's, das war's. Du hast doch. Du hast doch raus, du hast doch raus. Auch keine schlechte Taktik. Ja, genau. Über die Flagge. Naja. Wir müssen den Ball noch gerade versuchen, ihn drin zu halten, während man es aber rausfliegt. Einerseits kann das gut funktionieren, andererseits... Ach, sag's ja, die muss ja gehen. Jetzt hatten wir ein Stück gut. Lecker, Damis! Ist das Zoom? Ist das Zoom? Ja. War das Zoom mit den gelben Socken? Das wäre komisch. Good point. Vielleicht hat sie die Socken vergessen, aber das ist ihre Frisur im Prinzip. Na, Zoom ist die Nummer 17. Auch nicht, nein. Ja, sie war noch mal 22, glaube ich. Ja, 23. Sie hat anscheinend gelbe Socken an, aber das ist eindeutig Zoom. Oh, okay. Ja. Wissen Sie, das ist schon mal lecker. Nicht blöd geworden. Ja, ja. Habe ich auch nicht gewusst, glaube. Scrum Down. Die Männer haben jetzt ab und zu mal Drones dabei, gell? Drones? Ja, ich habe Drones-Footage gesehen. Wow. Von auf, von Matches. Cool. Ich muss sagen, mir macht es mehr Spaß live zuzuschauen als am Internet. Ja, das stimmt. Ja, ich schaue nur die. Ja. Die Matches und Geld auf uns. Cool. Aber nein, das ist auch dann andere, weil dann, wenn ich dann spiele, dann gucke ich nur, ich gucke nicht nach dem Park. Normaler Fasch haben wir nach dem Park. Ja. Aber dann gucke ich eigentlich nach dem Park. Dann weiß ich nicht, was sonst noch passiert. Ja. Ja. Deine Judas. Fertalte Séabach. Ja. 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 Ich habe kurz kontrolliert, ob ich eher aufnehme. Ich bin echt zufrieden, wie die funktioniert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Kathrin da drüben steht. Oh, ich bin in der Halbzeit. Ja, anscheinend. Ich will nicht. Ja. Let's go, David! We're the best to look at my sister. Analyse. Run it straight! Run it straight! Run it straight! Run it straight! Run it! 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 Run it straight! Run it straight! Run it straight! Run it straight! I'm not sure. I'm not sure. I'm going to be able to look at my sister. We're just starting out the wind. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure about that. Scheuermeer! Ahaha! worthy, 3 4! Wacht! 3 4! ukan. Dramatische DACA-UBOX! Er is los in onze onderhandeling. Check Emma w ransom! Einmal! 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 Sind sie gut an zu juggeln? Juggeln! Das ist was ich an dieser Stelle. Dann bin ich einfach der Meiste. Der Fight! Der Fight! Der Fight! Der Fight! Der Fight! Der Fight! Kackle and Release! Das war Sie mal Hansen. New Jack hat. Helft er! Op, 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 op! Der Fight! Nein! Nein! Ja, Mann! Nein! 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 Von Loram nicht. Steh? Nein! Ja, oder? Oh, was er? Oh, was er? Was er? Was er? Was er nicht ein Mopper bei der? Was er nicht ein Mopper bei der? Was er echt ein Moraus in der Welt? Die sind nicht eng. Was er hier? Ich bin ziemlich okay. Ich bin nicht aufgemacht. Ich bin ein Pilschen. Ich bin ein Pilschen. Ich habe so ein Blick nach oben. Ich bin ein Pilschen. Ich bin ein Pilschen. Ich bin ein Pilschen. Kommt auf da. Ja, sie hören halt alles zurück. Ja, da drauf. Ich zei viele domme dinge. Ich zei ein Kommentar. We know it. Kommt auf da. Ja, das ist ja nicht. Ich bin ein Pilschen. Ich bin ein Pilschen. Oh, shit. Das ist echt schwer. Ich bin ein Pilschen. Ja. 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 Ich bin ein Pilschen. Ja. Wie ist der? Ich bin ein Pilschen. Ja, ein guter System. Links. Rechts. Ich bin ein Pilschen. Es ist schön, dass wir an dieser Seite stehen, denn man sieht es gut hier oben. So schnell! Lekker! Laurent! Lekker! 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 Es ist sehr gut, wenn jemand so neergeht und ihr lichternt, die es anzieht. Lekker! 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 Los geht's. Los geht's. Die Bands sind alle Seiten. Lass ihn! Ja! Die Bands sind alle Kanten. Carina! Lass ihn! Lass ihn! Lass ihn! Oh Was ist passiert? Ich habe mich nicht mehr an den Augen gemacht. Ich muss mich nicht ventilieren. Was er hier? Ja. Das ist ja, aber... Das ist ein bisschen pünkt. Sie sagen, dass sie nach Sportster standt. Ich weiß, dass sie meinen Schäden ist. Das ist mein Schäden. Das ist mein Schäden. Das ist dein Schäden! Das ist dein Schäden! Das ist dein Schäden! Das ist dein Schäden! Was müssen sie tun? Okay. Wartuj! Was ist das? Ja, nice! So, so dicht bei, johan. Woe! Danke, johan! Gut. Zij is van S.O. Doof, toch? Nee, zij, sorry? Die met die, nou is er een gele soort van. Oh ja, dat is dat, denk ik. Ik vind het goed. Leuk. Oh, kut. Ik had het helemaal vergeten. Spanning. Spanning. Het lijkt me ook leuk om te heen. Wel nice. Hoi. Dat is wel goed. Oh, de paal. Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er? Wat is er nou? Dat is wel. Wat is er? Wat is er? Wat is er bijna? 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 Aber ist er immer auf der Stott? Ja! Er steht auch an der Hinterkante. Ich habe das schon sehr gut auf daran, was ich. Skrubbar! 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 Soll ich das nicht tun? Ich glaube, es ist wirklich eng. Ich will einfach mal gucken. Ich fühle mich so nicht so gut. Oh, da. Oh, da. Lachen! 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 Oh, es ist so schlimm, ich denke. Das war's für heute. Das war einfach so, dass ich die Filme so schaue habe. Ich bin echt schwer, wenn ich mich zu sehen und dann denke ich... Ja, ich auch. Wow, Schockmann. Wie heißt er in die Spiele? Die Kupier? Halver? Die Kupier! Die Kupier! Die Kupier! Die Kupier! Die Kupier! Ich finde, das ist ein von den wichtigsten Dingen. Das ist gut, man. Die Kupier! Die Kupier! Die Kupier! Die Kupier! Die Kupier! Die Kupier! Oh. Die Kupier! Die Kupier! Die Kupier! Oktober 10 minuten. Die Kupier! Die Kupier! Das ist gut, man. Die Kupier! Ich habe den Pros in relief zusammen. Die Kupier! Die Kupier! Das war's für heute. GERLEICHEN 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 Kauwe hemmtjes Kauwe voeten Ich hab alle zwei Paar Schocken Ja die doks is echt helemaal m'n papa is eigenlijk leuk Er wordt echt dik sokken in haar altijd Maar je moet nog een beetje uitrekken GERLEICHEN 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 – BEAUCHEY GERLEICHEN No? Nee Let's go, dames! Hey, oi, ich bleib' auf den Vierland, joh! Hey, oi! Oh, lol! Na, oma! Das ist so ein Spiker! Das ist so ein Spiker! Das ist so ein Spiker! Hey, hands up! Hey, hands up! Hey, hands up! Wir sind alle Attacken auf den Tag. Goh! Ein guter Hunk. Schreit! Lekker! Ja, das ist wirklich ein Lekker, ein Lekker, ein Lekker! Wir sind alle Recken, wir sind alle Recken! Das war auch so schrecklich. Tien! Was zei ich? Das war auch so braw. Ja, das war so. Ja, das war so. Ja, das war so. Ja, das war so. Wow, das war so. So. All in. Let's make it exact. Back in. At the right. Look at the back, to the left! Let's make it back! curly down! Back in! Back in! Wooo! Hei. Hei! 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 We saw it in the trucking, from behind. Ja, precies. Okay, damn! We could move over here. Hei! 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 Ja, gut auch. Wir können alles gegen Ihnen benutzen. Es ist alles auf! Nein! Ich hab Angst! Schatz! 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 Dat is veel verder. Wel leuk! Het is een heel raar moment. Die bal viel een beetje dood. Wat nu? Ja. Oh! Tickle haar. Oh ja. Nope! Ik ben net afgeleid bij echt kijken. Ja. Is Femke voel je bek? Is dat wel? Ja. Wow! Lekker! Schatz! 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 Er is een hele rol. Oh. Schatz! 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 Ich schreibe mir die Kommentare zu sehen. GELACH Pack'n! GELACH Trek'n nach de grond! Oh, das ist gevaarlijk dicht bei halt, he. Oh, Schwarz ist. Nee, nee. Oh, so. Hetzelfde huisje volgens mij. Ja, ik zou er niet willen denken. Waar staat het ook op? Wat is er daar? Gewoon een scrum? Oh, discussie. GELACH 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 Die zit hier toe. Oh, volgens mij... Huh? Bitter. Ja, ze hebben gewoon, ik denk ik, discussie of iets. Hier is wel wat gebeurd. GELACH 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 Geen punt. GELACH Wat zeggen ze? Lekker, Nina. GELACH 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 Der Busch, das war's mir. Der Green ist eigentlich. Busch! Ich weiß nicht, wie er das ist. Busch! Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Ich bin zwischen den Karriere als Kamera. Ja. Ich bin von derelin. Jiggle! Jiggle, jiggle. ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin ein jung. Nicht leichter. Ich weiß es nicht. Oh, ich weiß nicht, wie ich es ist. Ich bin ein neig. Ich denke, dass ich mein Tenum nicht mehr kann beregen. Ich habe mir eine Kauka von Sinforum. Das klingt lecker, aber ich habe mir eine Kauka von Sinforum. Vielleicht habe ich mal eine Kauka von Sinforum gehabt. Ich habe eine Kauka von Sinforum. Ich bin ein Neue. Die hat mich nicht mehr zu verlaufen. Ich habe eine Kauka von Sinforum. Ja, nein, das war wirklich sehr. Ich bin ein Mann. Sieg nach, ich will in der Kirke-Sam messen. Ja, ich bin bei der Kirke-Sammlung. Ich stelle mal die Bremseer-Sammlung ab. Lass uns die Gerke-Sammlung der Kirke-Sammlung ab. Ja, ich auch. Oh ja, ich auch. Ja, ich bin auch. Was für die Woche ist das? Ja. Schaatsen? Ja, von 1 Nacht. Ich denke, dass wir witten können. Ich denke, dass es die Tag für Kerstfack wird, dass alles weg ist. Ja, das ist ja. Dass es immer witt ist, dass jeder nicht sagt, und dass es dann... Verdeut. Wie lange ist das? Tanden! Ich habe noch 10 Minuten. Als sie gut können. Ich weiß es auch nicht. Ich habe echt keine Floude. Ich habe keine Floude mehr durch die Pause. Ich habe keine Floude mehr durch. Die Floude mehr im im imten. Ich habe die Floude mehr durch. Die Floude mehr durch das Maschinen. Sie ist echt schnell. Sie hat alles gut gesetzt. Ja. Jetzt ist die Mannes Stoel da. Ist doch der Stoel ist ein Paal. Ich weiß nicht, ob es steht. Es steht. Ich weiß nicht, ob es steht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es steht. 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 Ich weiß nicht, Lila. Komm mal. 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 Da ist ja die line. Sieht der Biste te sû. Ja. Ja, das ist ein Bild. Ja, das ist ein Bild. Oh, das ist! Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. Das ist ein Bild. So ein Meiss, korte Bröcke, zonder thermolegging. Ich kann das nicht so gut sein. Ich kann das nicht so gut sein. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist so gut. Ja, das ist so gut. Ich kann das warm. Vielleicht ist so gut. เลย, es ist so gut! Das offener ist so gut. Es ist's für recommend! Nein, nein, nein! Die Kleur sieht echt gut als ein Cycronik ist. Die erste ist echt gut. Ja, sehr schnell. Tannen! Ja! Wettchen, dames! Lekker man! Inlopen! Ja, lekker! Lekker! Kom in! Lekker man! We zijn er echt bijna en dan... Je staat wel recht op de tafel! Ja, ja! 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 Ja, Louis! Lekker Louis! Ja! 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 . . So hard. . . Lass uns das mal wieder so sehen. Lekker. Ja, das ist so cool. Echt, he? Roll weg. Pocken. Oh, kuts. Kijk voor je, kijk voor je. Ja! Oh, wat? Kom erbij! Kom erbij! Kom erbij! Kom erbij! Kom erbij! Hou erbij hier bijna. Kom erbij! Lekker! 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 Op weg! Lekker! Heerlijk! Lekker op weg, dames en heren! Lekker! Lekker! Yes! Yes! Op! 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 Yes! Ik ben wel bang dat we niet opnemen hebben geklikt. Ja, dat heb ik ook. Ja, toch? Klikt toch? Er staat hier recording, toch? Ik hoop dat dat het is. Missen ze het commentaar. Wil je? Ja. Goed! Ja. O, wat is het een gevaar? Ja! Hopper me! F**k! Jack! En dan daar. Ja, die chocola is er meteen. Moet je wel af! So. So. Ich dachte, dass ich die Trap nicht dachte, dass ich meine voeten nicht habe. Das ist auch gut. Ich werde sie langer auf den Weg gehen. Ja, ich weiß es. Ich hab die Trap. Gut was da. Oh, lecker! Oh, lecker! Oh, lecker! Nice. Ich will echt beter werden gooien. Ja. Ich will echt sehen. Ich muss mir wissen, dass ich sie meinen Schuss aufgetragen habe. Ja, ja. Ich muss dann ins Kассchen machen. Ja, ich muss das noch mal schießen können. Schnell, Schnell, Schnell! Wir müssen immer mit zwei Menschen gleich mit 8 Uhr nach oben arbeiten. Kommt an! Oh, kass! Es scheint zu streiten. Was er? Ja, okay. Ja? Das ist ein tolles Moment. Stop, ja. Als dat er echt zo opnemen. Haha.